Ich bin der Winfried Mattes und bin Inhaber des Genussvolts im Feinkostladen in Netven. Mein Name ist Thorsten Frust, eher bekannt unter Totti. Grill-Events veranstalten wir ja. Die finden bei mir im Laden entsprechend statt. Ich habe ja sehr viele regionale Produkte im Laden, unter anderem dann auch Grillprodukte. Durchgeführt werden die Grillseminare dann durch meine Grillmeister in Totti's Barbecue. Da kommen dann verschiedene Teilnehmer hin und die können dann in vier Stunden das Grillen lernen. Seit 2015 haben wir gesagt, machen wir dann gemeinsame Grillseminare. Im ersten Jahr waren es zwei und heute sind es weit über 20, 25 Grillseminare, die wir im Jahr hier im Genussvolts in Netven machen. Die Leute dürfen selbst grillen. Wir arbeiten immer mit verschiedenen Grills. Von Pelletgrill über Holzkohle über Smoker. Ich zeige denen verschiedene Cuts, zeige denen wie man eine Zwiebel schneidet, wie man eine Paprika schneidet. Danach dürfen dann die Teilnehmer selbst das Menü vorbereiten und dann anschließend grillen. Der Highlight ist einfach der Entertainment-Charakter. Die Leute kommen mir an, die sowas noch nicht mitgemacht haben, sind aufgeregt oder zurückhaltend und gehen alle mit einem strahlenden Lächeln nach Hause. Ich glaube, das Besondere an so einem Grillseminar ist die Dynamik, die sich während des Grillseminars entwickelt. Und mit dem Abend, mit der Zeit, entwickelt sich da wirklich so ein großes Team daraus. Aus den ganzen Leuten, die sich vorher gar nicht gekannt haben. Genuss. Spaß. Glückliche Menschen. Entertainment. Und bleibt genussvoll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020